Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Haul-Video von mir. Es tut mir leid, dass ich mich diese Woche nicht so oft gemeldet habe, weil wegen Schule und ich war halt auch ein bisschen im Stress jetzt. Und ja, weil ich war gestern meine Freundin und dann waren wir shoppen und da habe ich mir ein paar schöne Sachen gekauft. Und zwar, wie ihr wisst, suche ich schon sehr, sehr lange Washi-Tape. Und dann gab es drei Rollen bei Cake, jeweils für 1 Euro. Es gab vier verschiedene Packungen. Ich habe mir zwei gekauft, weil ich die anderen beiden nicht so schön fand. Also einmal hier dieses mit Schleifchen großen und kleinen und verschiedenen farbigen Herzen. Da hier so Herzen und Herzbögen. Und dann hier noch eins mit Schleifchen. So Kristallen oder was. Und dann habe ich mir das andere. Ähm, zwar, so glaube ich. Also eins hier mit Totenköpfen. Sternblitzen, ja. Dann eins mit Love und Peace-Herz und Peace-Zeichen, Sternen und Peace. Und dann noch eins hier so mit Schleifchen. Ja, dann haben wir uns noch was gekauft. Also ja, dieses Washi-Tape, wie schon gesagt, gab es für 1 Euro drei Stück jeweils eine Packung. Und dann haben wir uns hier so Nagellack und Lippenstift gekauft. Die im Dunkeln Leuchten, die gab es, also ich habe hier jetzt halt Washi-Tape draufgeklebt. Aber eins in einem so einem Set war ein Leuchtennagellack und ein Leuchte-Lippenstift. Und die gab es für 1,99 Euro jeweils. Das war es auch schon wieder schon. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Washi-Tapes findet. Ob ihr die vielleicht auch habt. Und dann bis, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Und bis zum nächsten Mal.